Die Firmen-TV-Redaktion empfiehlt folgendes Unternehmen. Das Bräustüberl Maisach ist ein original bayerisches Wirtshaus, wie es im Buche steht. Die historische Brauerei wird bereits seit dem 16. Jahrhundert als Gaststätte betrieben und ist sowohl bei Einheimischen als auch bei Touristen überaus beliebt. Ob in den urisch gemütlichen Gaststuben, im geräumigen Saal, auf der Terrasse oder im sonnigen Biergarten, hier werden sie mit regionalen Schmankern und Bierspezialitäten verwöhnt. Besonders beliebt sind dabei Klassiker wie Ochsenfetzen, Zwiebelrostbraten und Kässpatzen sowie die vielfältigen Salate und Burger, die stets frisch und aus hochwertigen Zutaten gezaubert werden. Aber auch das hauseigene Bier sollten Sie auf jeden Fall genießen. Für die hervorragende Küche und den freundlichen Service wird der Traditionsbetrieb nicht nur weit umgeschätzt, sondern auch von der Firmen-TV-Redaktion empfohlen. Bräu Stüberl Maisach – ideal für Feierlichkeiten aller Art.